1000 prozentig mehr als 200.000 wert muss ich nicht mal nachschauen 200.000 passt auf 200.000 295.000 dann resale stylist back in business he is back 80.000 profit 80.000 profit diese einfältigen töpel wie heißt der noch mal reine spaini ich glaube ich falsch geschrieben oder so bin ich geschrieben ich habe reine geschrieben so war auch nicht online warum warum hat irgendjemand fünf mal gx plus fünf warum do whatever you want man do whatever you want and i keep reselling i keep reselling and you keep doing whatever you want guter punkt gut aufgepasst ich habe jetzt reine spaini und steine geschrieben alle nicht online das ist auch sehr fast der gleiche reine spaini und steine alle offline der server ist einfach tot der server ist tot ja und vielleicht hat er ja auch ein neuer set erhöht nur die chancen eins zu finden extra real es erhöht nur die chancen ein set zu finden also ist der typ safe inaktiv aber danke für den hinweis ist er nicht kennst du ihn oder was hast du dem die letzten tage mal tau gemacht mit der m mit steini als ob was wäre das für ein zufall oder meinst jetzt spaini meinst du spaini oder steini über wen reden wir gerade mit spaini ach so aber ich habe gerade spaini steini gemeint steini ist bestimmt inaktiv weil sie ja nicht ist das ein psyche das bildposter bildposter abschaum bildposter abschaum liegt da wo er hingehört im dreck ich bin ein setteil beim npc verkaufen reseller und ich kann es nicht oft genug sagen ehrlich gesagt ich tue das nicht um persönlich davon zu profitieren ich mache das um den leuten etwas beizubringen dass sie bevor sie den shop aufmachen nachschauen sollten was die items beim npc wert sind dass sie sich nicht selbst scammen ich mache das für die wissenschaft das sind das ist mein bildungsauftrag mein persönlicher das ist mein beitrag zur gesellschaft so ist es einfach wenn du das nicht akzeptieren kannst dann ist das dein problem du schmeißt scroll of return town weg habe ich da gerade richtig gehört yes sir ich bin ein stolzer scroll of return town wegschmeißer tatsächlich bin ich sogar leiter des fanclubs wir schmeißen gerne scroll of return town weg e punkt v punkt bin ich morgen auch mit dem bollerwagen unterwegs er kommt einfach mit vatertag weißt du was morgen ist silent scream weißt du was morgen ist morgen ist der start nach zwölf jahren pause der fly world championship und du redest einfach von bollerwagen und vatertag lost morgen ist einfach fly world championship und er redet einfach von vatertag this guy is crazy sagt lieber dein vater dass er beim fec server anfangen soll und für dich grinden soll 95 prozent der leute die morgen saufen sind nicht mehr väter tja na gut solange sie söhne sind und das müssen sie ja sein wenn dein vater dich liebt zieht er den client mit dir durch true besser hätte ich es nicht sagen können true wenn er es nicht macht dann liebt er dich nicht right in the fields keine ahnung was wir dem jemals getan haben ich meine okay wir kommen hier rein in sein haus und töten ihn dann aber ansonsten haben wir immer noch wieder noch nie was getan keine ahnung was der für ein problem hat das ist mein ältester fäden echt wert bist du denn sorry man ich bin von geburt aus lustig nur ist das sort richtig nice die exercesi sieht aus wie so ein stück steak was auf so ein holz drauf geknallt wurde okay bloody ex sieht aus wie ein steak das auf ein stück holz drauf geknallt wurde beste skin beschreibung aller zeiten power dies zwölf alter wir haben jetzt viermal power dies zwölf bekommen in den letzten sechs oder sieben runs oder so was zum teufel alter patrick hat es einfach gekäut holy moly ist zwar eine halbe stunde her dass er es gekäut hat aber er hat es gekäut damn oder hat schon wieder jemand ein volles inventory dann war es wohl wichtiger vielleicht für die zukunft ich bin mir ziemlich sicher dass die zukunft wichtiger ist ja ziemlich ziemlich sicher ja bis zum morgen am start beim fwc 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 fwc